Und zwar ist dieses Video ja so eine Entschuldigung für das ist schon etwas länger passiert Ich hoffe ihr seht das Video und es tut mir auch wirklich leid Jörg, willkommen zu SG hier auf dem Waxford Da ist das eine Shirt, den ich da hinnehme, aber ich kann jetzt mal in die Mitte, da es ein bisschen weiter weg ist Und ich hoffe, hier ist kein Team drin, weil vorher bin ich ein Team begegnet Ein Team verboten, schön Und ich habe wieder ein 60er bis 70er Ping, also so ein 40er bis 60er Ping meine ich Der wird glaube ich auch das Eisen Oh, da muss ich auch fassen, ich habe mal hier wieder Oh Fuck, komm, bitte, bitte, bitte Natürlich nicht, okay, gut, den habe ich hier mal abgehängt Dann gehe ich eine kleine Route So, zack Okay, gut, dann gehe ich mal zum Haus nach vorne Und zwar ist dieses Video ja so eine Entschuldigung für das ist schon etwas länger passiert Ich hoffe, ihr seht das Video Ist aber glaube ich wirklich ein bisschen unwahrscheinlich Da anscheinend so wirklich ein bisschen sauer auf mich war Weil ihr das falsch schon aufgenommen habt, was ich gesagt habe Also könnt ihr mal in die Kommentare schauen, wie lange ihr schon dabei seid Und ob ihr das Video gesehen habt, wo ich gesagt habe, dass ich eine Montage abgelehnt habe Könnt ihr mir alles in die Kommentare schreiben Aber auf jeden Fall hat er das Video gesehen Womit ich jetzt eigentlich nicht so gerechnet habe Dass ihr das Video sieht Wo ich darüber rede, dass ich seine Montage abgelehnt habe Und das hat dann wirklich falsch aufgenommen Das war eben jetzt nicht böse gemeint oder sowas Aber er hat es auf jeden Fall falsch aufgenommen Und den Helm sollte ich anziehen Das tut mir auch wirklich leid Da hat er mich auf Skype mal angeschrieben Und die letzte Nachricht habe ich erst ganz spät gesehen Deswegen konnte ich da nichts füdern Dass ich das erst jetzt mache Weil Entschuldigen sollte ich mich auf jeden Fall Das lag jetzt auch nicht irgendwie an denen oder so Das lag wirklich daran, dass mir irgendwie seine letzte Montage nicht gefallen hat Und Ja Das Das tut mir auch wirklich leid Dass das jetzt wirklich so passiert ist Und Ja Da war es auch gerade ein Gegner Und ich würde mich auch wirklich freuen Wenn er mir dann noch eine Montage machen würde Weil Aber er so wirklich was Wo ich dann sage Ja so und so muss das sein Und Ja Das ist dann halt wirklich Wäre schön Wenn er mir dann eine Montage machen könnte Aber Ich würde ihn auch verstehen Wenn er das nicht wollen würde Weil ich kann mir wirklich vorstellen Das ist ein bisschen sauer auf mich Mann Angekommen Oh Da habe ich ihn nochmal bekommen Und ich habe auch ein neues Key Was ich gerade erst verändert habe In den C4 Series Ich weiß nicht ob er das irgendwie noch schöner machen kann Weiß ich nicht Ich habe es einfach nur Gerade so Äh so Ich habe das leider kein Video gefunden Ähm aber Na Bersatzium sollte man es auch mitnehmen Bei der 1.8 So dann ragge ich noch schnell bis zum Deathmatch Es sind dann noch ähm Drei andere da Ja Ja ich hoffe natürlich Du nimmst es mir wirklich nicht böse Dass es da passiert ist Falls du das Video siehst Boah der tefehle dir extra Ähm Ich hoffe natürlich Du nimmst es mir wirklich nicht böse Und ich würde mich wirklich freuen Wenn du mir nochmal eine Montage machen würdest Wäre wirklich schön Aber Ich würde es dir nicht übernehmen Wenn du jetzt sagst Ne Das mache ich jetzt wirklich nicht mehr Ähm Ja wäre Würde ich mich wirklich freuen Wenn du mir trotzdem eine Montage machen würdest Aber also wirklich eher nach meinem Wünschen Und jetzt können wir noch schnell das Deathmatch hier Gewinnen Ah ne Ah ne Okay Ich bin fast Full Iron Und ich will jetzt echt noch Ein bisschen Full Rang Kann ich erstmal die hier kämpfen Lassen Ein Ping liegt bei 73 Oh Und ich habe mal eine erste Tubeleuchtung angeschaltet Weil es ist gerade düngler geworden Weil die Jurolo runtergefahren ist Alter Alter Ah der eine kommt jetzt zum Abstauben wieder Lol Er hat den einfach abgestaut Lol Lol Alter Und ich habe den Stuff nicht mal bekommen Da habe ich jetzt aber gar nichts davon Alter Er hat meinen Killer jetzt einfach gerade Lars gehittet Krasser Boy Okay das D-Shirt wurde schon geholt Naja war klar So komm das mache ich jetzt so schnell Da ist er Der wird anscheinend auch low sein Da habe ich mich auf Abschnitt halten Ab und grad Am Oh, DJ, da haben wir noch schnell die Runde gewonnen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mir natürlich mal eine positive Erwältigung sehr freuen und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschau Leute!